Hallo Junge, Gitti und ich sind gerade ins Bett, ja, beziehungsweise ich, Gitti, die ist schon wieder auf der Couch eingepinnt. Eins von den 30 Bierchen war wohl schlecht, nee, nee. Der letzte war der Braun, die sind ja hochgegangen, vor einer dreiviertel Stunde. Die Bohle floss in Strömen, ach, ihr habt richtig noch was versäumt, das war richtig lustig, der Braun hat noch Sotaki getanzt. Hahaha, da habt ihr wirklich was versäumt, da. Na, dit freut mich ja. Ja, wer die Katharina ist? Hahaha, du bist ja putzig, Siegfried. Du bist ja echt putzig, das ist die Enkeltochter von dem Braun, Mensch. Das ist die Enkeltochter von dem Braun. Das ist die Katharina Braun, Siegfried. Na, herzlich willkommen im Braun seiner Familie. Hahaha. Ja, danke. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.